Herzlich willkommen zu unserem täglichen Witz. Ich freue mich, dass du dir heute wieder einen unserer Witze anhörst. Ich hoffe, dass er dir ein Lächeln auf die Lippen zaubern wird. Wie nennt man einen Hering, der gerne strickt? Einen Wollmops. Das war der Witz des Tages. Ich hoffe, du konntest darüber lachen. Damit ist dieser Kurzauftritt schon wieder zu Ende. Ich freue mich, wenn du dir das nächste Video wieder ansiehst. Hab noch einen schönen Tag und bis bald!